Hallo, ich bin die Ina. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du auf dieses Video gestoßen bist. Ich wohne in Gossenhof, ich bin Künstlerin und Mitarbeiterin in einem Hort und durfte diesen Wettbewerb mitgestalten und werde auch in der Jury sitzen. Und finde es super schön, dass du dich für diesen Wettbewerb interessierst, denn es geht um dich oder mich. Also um alle Menschen, um die anderen und um mein persönliches Dasein. Wer bist du? Warum bist du so, wie du bist? Je nachdem, wie alt du bist, gibt es Schwerpunkte, die du in den Texten unten findest. Und für das Thema oder die Themen, für die du dich entscheidest, sind wir dann gespannt auf deine kreative Auseinandersetzung damit. Es kann all das sein, womit du dich gut ausdrücken kannst. Du kannst auch mit Freundinnen oder Freunden zusammenarbeiten. Das kann auch sehr inspirierend sein. Ich freue mich sehr, von dir hoffentlich bald zu hören, zu sehen oder zu lesen. Tschüss!